Herr Willi, ich habe es einmal im Interview schon gesagt, egal ob Sie ein Flugzeug haben oder eine Drohne, immer entscheidet ein Mensch über den Einsatz dieser Raffen. Immer. Wie läuft's, ne? Da ist doch der Lupo. Mein Gott, wo ist der? Ferrit, Ferrit, wo bist du? Komm mit dir, komm mit dir. Komm mit dir. Was denn? Was denn? Ich höre so viele Stimmen. Frag mich, was mit mir nicht stimmt. So, Protyp haben wir hier, Johnny. Zieh das Ding mal rein. 4 x 1100 KV Motoren. Brushless x 4. Weißt du, was das bedeutet? Dass wir an diesem fetten Ding deine fette Kamera drauf machen können, Alter. Hammergeil. Hammergeil. Auf jeden Fall, weil ich musste mit dem Steuergerät die Steuerplatten hier konfigurieren, damit wir dieses fette Gewicht von ungefähr 20 Kilo heben können. Hammer. Krass, läuft, ne? Bei uns fliegt, oder? Bei uns fliegt, boi. Bei uns fliegt. 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 Ich weiß, ich überwacht mein Handy von da oben Ich spreche mich und treffe mich mit meinem Nied oder Snowden Mann, ihr hängt mir in den Oben, riecht den Braten in der Küche Es gibt etliche Methoden, um die Daten zu verschlüsseln Guten Morgen NSL, heut schon Facebook gecheckt Was fein ist, habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt? Das ist... Wir wollen keinen einschalten! Ja! Ich habe den Motor läuft Ja, ja Der ABC-Schuss, muss immer ansehen Ja, da ist keine Luft hier dran